Ganz so kräftig wie in den Vormonaten ging die Zahl der Arbeitslosen im November zwar nicht runter, trotzdem gibt es so wenige wie nie seit der Wiedervereinigung. Im November sank die Zahl auf 2,53 Millionen, 8000 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote fiel um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr ging die Zahl der Arbeitslosen um 101.000 zurück.